Zitronen Wer was findet, der kann es auch behalten Egal ob Holz, Obst, Fisch Hast du Platz, nimm es mit Zweitens, äh zweitens Wer ein Werkzeug vergisst oder sonst wie vergeigt Der kriegt es ersetzt Aber nur für meinen Damit wären wir auch gleich bei der goldenen Regel Die du dir am besten mit Rotstift hinter die Ohren schreibst Alles was hier bleibt, bleibt auch hier Für immer Du siehst diesen Ort nie wieder Ich auch nicht, niemand Noch auf dem Rückflug Verbrenne ich eigenhändig den Flugplan Wegen der Sicherheit, mehr sage ich nicht So, schwirr ab Und falls du in der Patsche steckst Frag dich einfach Was würde ein Pilot Dodo tun? Nur zu Ich warte hier und fliege nicht weg Komm vorbei, wenn du Werkzeuge Oder einen Flug brauchst Ob Bienchen Oder Bäumlein Der Dodo sagt Pack's einfach ein Okay, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um Hey, da sind ja sogar andere Personen auf der Insel Das ist ja cool Oh nein, das wollte ich gar nicht Das war jetzt keine Absicht Ach, die Blumen kann man quasi Als Haarschmuck benutzen Ich verstehe Ach, guck Da kann ich Kokosnüsse mitnehmen Da kann ich auch bei mir Palmen pflanzen Goeie 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 wie mögt er das Ziel bisher? Das Spiel? Ich mag Animal Crossing sehr gerne. Ich glaube, ich mag das Spiel sehr gerne. Ich glaube, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das könnte richtig cool werden. Eisen. Yes. Moment mal. Nein. Voll daneben. War aber auch schwer hinter dem Baum, finde ich. Oh. Oh. Was haben wir denn hier? Ein spezieller super Erzstein. Cool. Ah ja, stimmt. Wartet mal. Ich brauche zwar die Kirschen nicht für mich, weil ich habe schon Kirschen, aber ich könnte die essen, damit wir Superkräfte kriegen. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Schade, dass ich wirklich nicht gleich alle drei essen kann. Das wäre gut. Mein Erz... Nee, nee, es ist... Ich habe, glaube ich, alle Animal Crossing Teile gespielt. Ich konnte mich zwar an den Wii-Teil überhaupt nicht mehr erinnern, habe den aber im Regal stehen. Also habe ich auch den ziemlich sicher gespielt. Ich habe wirklich alle gespielt. Aber der Gamecube-Teil hat mir schon am besten gefallen. Aber gut, der war halt einfach was Neues und deswegen was Besonderes. Und der hier hat jetzt viele neue Features, die man coolerweise auch so nach und nach im Grunde erst freischaltet. Das macht das schon ziemlich gut. Uch. Ich dachte, dass außer mir niemand diese Tour macht. Ich bin Laura und du... Ha. Zepoloni. Und du bist wirklich von Squidtopia extra bis hierher gereist? Ich habe Squidtopia schon vom Flugzeug aus gesehen, glaube ich. Von oben sieht's schöner aus. Ja, Squidtopia ist super. Laura. Squidtopia ist das beste... Der beste Stadt in der ganzen Universum. Den Alltagsstress hinter sich zu lassen und hier einfach mal zu entspannen, das tut gut. Meine Heimat ist ja ganz nett. Aber irgendwie fehlt mir was. Ja, zieh doch auf meine Insel. Oh, was für ein toller Vorschlag. Danke für deine Unterstützung. Mit sowas hätte ich wirklich nicht gerechnet. Hast du mich auch nicht einfach nur veräppelt? Meinst du das ernst? Krack! Krack! Es wird dir gefallen! Oh, wie aufregend! Jetzt kann ich es kaum noch erwarten, heimzukehren und mit den Vorbereitungen zu beginnen. Krack! 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 Cool! Warum nicht? Warum nicht? Ich wollte doch zu uns ziehen. Das ist cool. Mehr Bewohner sind immer gut. Ach, die Fische sind heute wieder unkooperativ hier. Ja. Ja. Ein Bachschmerle. Das Leben im Bach ist beschmerlich. Und dann an den Wortwitz kann ich mich erinnern. Haben wir also schon. Noch eine Bachschmerle? Ja. Ich schätze, man kann nie genug Bachschmerlen haben. Ich glaube, wir haben genug Bachschmerlen. Ich glaube, ich lasse wieder ein paar hier. Je nachdem, was wir hier noch so finden. So viele Brachschmerlen brauche ich auch wieder nicht. Boah, ist der Fisch hartnäckig. Jetzt komm schon. Ja, genau. Oh, wow. Vielleicht dann erstmal ein bisschen. Also irgendwie ist das eine blöde Insel, die wir haben, finde ich. Die wachsen Kirschen. Das ist meine Heimatfrucht quasi. Ich fange die gleichen Fische. Die gleichen Insekten schwirren hier rum. Für was bin ich hier eigentlich hergeflogen? Ich dachte, dass wir hier... Aber gut, immerhin Kokosnüsse. Das stimmt. Kokosnüsse hatten wir nicht auf unserer Insel. Also Palmen quasi. Jetzt schon. Ah, ich bin zu blöd. Was mache ich denn schon wieder? Na komm. Du siehst den Schwimmer. Ich weiß es genau. Nein. Ah, er zieht ihn nicht. Ne. Okay. Oh, das ist aber ein sehr großer Schmetterling. Ich glaube nicht, dass wir so einen schon im Gepäck haben, oder? Das wird jetzt aber auch schwer. Oder haben wir schon... Ist das ein Spalbenschwanz? Ja, genau. Doch, den haben wir schon. Oh, ich werde jetzt mal ein paar von den Schmerlen hier freilassen. Einen Inventarplatz brauchen wir für wichtigere Sachen. Diese Wortspiele, ja. Ich finde es auch super. Eisen. Aber ist wirklich schade. Auf der Insel ist echt nichts Besonderes zu finden. Schade, schade. Hey, warte mal. Warum nehme ich eigentlich nicht gleich eine ausgewachsene Palme mit? Geht das nicht, oder habe ich keine Superkraft mehr? Dann muss ich vielleicht nochmal Kirschen schicken. Ah, abliegen. Come on, Spiel. Warum sollte ich die ablegen wollen? Denk doch ein bisschen für mich mit. Ich kann nicht mehr so gut denken. Nach mittlerweile... Oh, 20 Stunden. Ist halt einfach mein Brain ziemlich im Eimer. Fast 20 Stunden, ja. Hul, nehmen wir gleich direkt eine ganze Palme mit. Ich finde das gut. Palme sind gut. Hier können wir auch noch ein Fossil ausschaufeln. Einen Platz hätten wir noch und eigentlich bräuchte ich die beiden Fische nicht unbedingt, wenn es ist. Kann ich auch die Palme mit Früchten mitnehmen? Da bin ich jetzt gespannt, ob die Früchte trägt, wenn ich die einpflanze wieder. Das wäre natürlich witzig. Na ja, gut. Ich glaube... Dann haue ich wieder ab. Ach so. Ich verstehe. Mit der Schaufel kann ich die ganzen Blumen mitnehmen. Und wenn ich die nur einsammle, dann pflücke ich nur die Blüten von den Blumen. Okay, alles klar. Ich verstehe. 24 Stunden. Ja, genau. Sind wir gerade dabei. Ja, der besondere Anlass ist, immer wenn in einem Monat Tage und Schreibe 1000 Euro Fansupport zusammenkommen, dann gibt es einen 24 Stunden Stream. Als Dankeschön. Pfff. Pfff. Und das ist letzten Monat wieder passiert. Und das ist natürlich super cool. So cool, dass ich gleich niesen muss. Weil Leute coolen ist. So. Ich mache nur gerade einen Platz frei, weil... Da ist der Käfer wieder, den ich vorher nicht fangen konnte. Ich versuche es nochmal. Was ist da ein Schmetterling im Weg? Hau ab, Schmetterling. Yes. Der ist nämlich, glaube ich, neu. Den hatten wir wirklich noch nicht. Oho. Eine Stinkwanze. Kein sehr netter Name, aber immerhin deutlich. Okay. Okay, der Schmetterling ist neu. Dann müssen wir irgendwas anderes hier lassen dafür. Ein Himmelsfalter. Mein Kescher war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Dafür lasse ich diese blauen Blumen hier. Nehmen wir dafür noch mehr. Ah, vergiss das mit den gelben. Wobei, das ist ein Gesichtskäfer-Dingens. Den haben wir schon. Okay. Dann passt schon. Ich nehme die gelben Blumen da ehrlich gesagt nur mit, weil wir ja da eigentlich nichts draus machen können, ne? So. Ich glaube, jetzt haben wir aber alles. Unser Inventar ist voll. Ich glaube, wir fliegen jetzt wieder weg. Okay. Okay. Auf geht's. Ich verstehe nicht, was dieses zweimal bedeutet. Heißt das, ich kriege 300? Oder warum steht da, ne? Na? Warum? Ich verstehe das nicht. Und was ich nicht verstehe, macht mich wütend. Und traurig. Und verwirrt. Brrrr. Na gut. Jetzt packen wir mal die Käfer auf meinen Käfer- und Fischstapel da hinten. Bis wir mal endlich ein Museum haben. Wird denn noch ein bisschen wachsen. Bald ist es ja soweit. Bald haben wir ja eins. So. Jetzt wirst du gleich schauen, Philipp. Pass mal auf. Achtung. Fertig. Tada. Die Früchte hängen sogar wirklich noch dran. Das finde ich cool. Das ist witzig. Machen wir hier noch eine Palme. Und dann plante ich, ja, noch eine Kokosnuss. Dann wächst hier auch noch eine Palme später. Und jetzt schaue ich mal kurz... Ich plante jetzt überall, wo viel Strand ist um die Insel rum. Und jetzt eine Kokosnuss hin. Ja, auch noch irgendwo. Auf jeden Fall. Oh, hier ist sehr viel Strand. Sehr viel Strand erfordert sehr viel Kokosnuss. Finde ich. Du bekommst dann 300. Kriegt mal wirklich das Doppelte. Ah ja, das ist dann cool. Ich verstehe zwar nicht genau, warum dann nicht einfach gleich 300 steht. Aber... Ist ja okay. Kann ja der Tom-Luke machen, wie er will in seiner App. Eine hätte ich noch, oder? Oder noch zwei? Ich glaube, eine. Bin mir aber gar nicht so sicher. Ah, ich glaube... Nee, stimmt doch nicht. Okay, vergesse es. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe hier nur rote Blumen auf meiner Insel. Aber es stimmt nicht. Ich habe hier alle Blumen. Eine Stinkwanze. Die haben wir auf der Insel drüben schon gefunden, wie vorher. Aber scheinbar hat es wieder zu einer Quest geführt. Zum Abschluss einer Quest. Zwei habe ich noch. Zwei Palmen. Zwei Kokosnüsse. Na gut, ich habe auch noch viel Strand hier. Drüben. Hinten. Irgendwo. Gleich kommt wieder einer. Ich weiß es ganz genau. Hier war doch noch ein Strand. Ich hatte doch hier noch irgendwo einen Strand rumliegen. Genau. Ein bisschen klein für eine Palme. Das ist schon besser hier. So. Und eine haben wir noch. Suchen wir mal nach einem guten Platz. Gute Plätze sind... Ah, hier. Das ist ein perfekter Platz. So viel große Sandfläche. Perfekt. Okay, und... Bäm. Erledigt. Und wunderbar. Hier ist nämlich dann schon wieder die kleine Kerninsel quasi. Das heißt... Eine Inselrundreise haben wir jetzt gemacht. Und überall Palmen gepflanzt. Cool. Das finde ich gut. Kann ich jetzt auch meine Hängematte an den Strand unter die Palme stellen. Das ist viel besser. Oder so einen Baum im Wald. Ah, das habe ich mir gedacht. Jetzt steht die verkehrt rumliegen. Ne. Das geht nicht. Das geht zu weit. Geht ihm so nicht. Träte doch. Okay. Ach ja. Das ist schön. Kann ich hier eigentlich auf mein Handy schauen? Oh ja, ich kann während er schläft aufs Handy schauen. Wie das genau geht, weiß man nicht. Aber gut. Uah. Ah. Okay. Ich glaube, ich verstehe. Für die ersten fünf Missionen am Tag kriegt man doppelt genug Meilen. Und man kann dann noch mehr machen, wenn man will. Aber dann gibt es nur noch einfache. Ich verstehe. Ich verstehe alles. Nur nicht mich selbst. Aber wir haben auch wegen den... Wahrscheinlich wegen den Kokosnüssen, oder? Ja, genau. Ah, das ist ganz gut. Hier können wir auch schauen, was wir schon alles haben. Ah. Sollte ich mal eine Kirsche, obwohl die bei mir wachsen, irgendwo anpflanzen? Wahrscheinlich, oder? Dann fehlt mir nämlich nur noch eine Frucht dann. Aber wartet mal. Muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe bestimmt von irgendeinem Baum da hinten... Da sind Kirschen überall. Genau. Bei den Kirschbäumen habe ich wahrscheinlich wirklich noch nicht geplant. Warum auch? Hier sind überall Kirschbäume. Aber gut. Ja, tatsächlich. Das hat funktioniert. Okay, cool. Ich verstehe. Wow, das ging aber echt schnell jetzt. Was gibt es denn da noch? Orangen, Kirsche, Apfel, Pfirsich, Banane wahrscheinlich. Ich glaube, Bananenbaum gibt es, glaube ich. Jetzt soll ich noch ein Foto schießen. Das könnten wir eigentlich nur schnell machen. Ich mache ein ganz creepy Foto. Perfekt. Und wieder. Ah, Birnen. Ah ja, Birnen. Dann gibt es gar keine Bananen. Du hast recht, Birnen. Birnen macht viel mehr Sinn. Dann haben wir wieder 4000 zusammen. Und im Luftballon abschießen. Das würde ich natürlich sowieso gerne. Da brauche ich gar kein Achievement dafür, dass ich das gerne mache. Aber ich kann kein Herz zaubern. Ah, so müde. Meine Güte. Aber ich muss jetzt noch ein paar Stunden durchhalten. Ich schaue jetzt mal, ob die Kludo noch ihren Flughafen offen hat. Das wäre ziemlich dufte. Würde ich da mal drüber düsen. Weil es gleich ihr Laden aufmacht. Da würde ich gerne schuppen. Kommen wir mal. Ansonsten schreibe ich schnell nachher. Wenn es jetzt nicht geht. Ach ja. Ach doch, tatsächlich. Oh, cool. Abflug. Das ging ja. Was für ein Service. Ich weiß, es sind nur noch vier Stunden. Aber ich meine, vier Stunden, wenn schon 20 Stunden vergangen sind, sind. Krass. Viel Glück. Dann los. Jetzt beginnt die Zeit, wo ich einfach wirklich stündlich längere Pausen machen muss. Also länger, aber so 15 Minuten halt wieder. Das kenne ich schon. Ich muss jetzt dann auch das Fenster aufmachen. Frische Luft und Kälte hilft auch. Und dann schaffen wir das schon. Kaffee mache ich mir jetzt dann auch einen ordentlichen. Dann haut das schon hin. Zucker und Koffein brauche ich jetzt. Oh. Ich glaube, eigentlich bräuchte ich jetzt irgendwie Amphetamine oder so, Koks oder so. Die Drogendealer haben es jetzt wahrscheinlich auch schwer mit der Ausgangssperre und sowas, oder? An die denkt wieder keiner. Aber wenn jetzt nur die Bahnhöfe gesperrt sind und die Parks keine Leute mehr sind, wo sollen die jetzt noch ihre Drogen verdicken? Die werden bestimmt nicht staatlich gefördert. Ja, zum Glück. Hey, Gucci-Coffee. Guten Morgen. Natürlich, immer noch fleißig und immer noch super müde. Das Spiel ist auch echt süß und ziemlich cool. Was hattet ihr alle? Hier ist ja voll die Party. Hallo. Hallo zusammen. Ja. Cool. Bildet sich eine Schlange vom Laden. Ich stelle mich mal hinten an. Noch zwei Minuten. Wartet mal. Hier ist die Stabgang. Da will ich natürlich dazugehören. In zwei Minuten macht er auf und dann stürmen wir den Laden und verkloppen ihn mit unserem Wasserstäbchen. Genau. Und du fängst ihn dann mit dem Netz. Hey. Na gut, dann machen wir ernst. Ja. Oh mein Gott. Da gibt es sogar Feedback. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass man durch die durchhaut. Das ist mir zu krass. Das will ich nicht. Da wird es mir zu wild. Wir sind ja nicht in Smash Brothers Bewohner. Ich hatte es mir zu bringen. Oh mein Gott. Ja. Ich habe ihn mit dem Lizen. Oh mir. Ich habe ihn zufern. Ich habe ihn mit dem Länen. Und ich habe ihn mit mir und dann- Und ich habe ihn mit mir rechtbereit. Ja. Oh. 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 Oh, ich glaube, es ist 8. Yay! Kann man nicht mal an die armen Drogendealer denken. Aber wirklich. Herzlich willkommen. Was haben wir denn hier? Einen Ventilator. Ventilator für die Wand und ein Bügeleisen. Und eine Kaffeemühle. Und ein Besucher verlässt die Insel. Okay, müssen wir kurz warten, bevor wir... Bis Evelyn. Hallo, Rochen. Wie geht's? Oh, was haben wir denn hier? Du bist den ganzen Weg hierher gekommen, nur um bei uns einzukaufen. Was können wir für dich tun? Äh, Rübenpreise. Ah, Rübenpreise haben die schon. Heutiger Top-Ankauf. Top-Ankauf des Tages ist Keramik-Krug. Seinen doppelten Preis. Für Keramik-Krug. Nichts. Ah, ich verstehe. Ein Partyknaller. Ideen für Bastler. Ist das wieder so eine Rezeptsammlung? Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ideen für Bastler. Digitales Buch mit Bastelanleitungen. Der Preis beträgt 2086 Sternis. Nehme ich. Und fertig. Ich bin gespannt, was da für Rezepte dabei sind. Möglicherweise. Was hast du denn hier noch so? Wackel-Axt. Wackel-Gießkanne. Wackel-Schaufel. Leuder. Leiter. Sprungstab. Anleitung für Leiter und Sprungstab. Hm. Aber nee. Kann ich bestimmt bald. Momentan habe ich noch welche. Vielen Dank. Kann ich dir behilflich sein. Ich will... Achso, das ist der gleiche. Die sind einfach... Okay. Na gut. Dann brauche ich nichts. Ich finde zwar das Papier und die Stifte und die Bücher echt cool. Die hätte ich dann gerne mal in meinem Haus oder so. Für einen Schreibtisch. Aber jetzt gerade kann ich damit nichts anfangen. Nur noch mehr, das auf meiner Insel am Boden rumliegt. Das macht keinen Sinn. Aber die Bastelanleitungen würde ich mir jetzt gerne mal anschauen. Die neuen, die wir da bekommen haben. Oh. Huiuiui. Ganz viel Holzmöbel. Cool. Ein ganzes Holzmöbel. Wartet mal. Was haben wir denn hier? Eine Mini-Werkbank. Ein Bauklotzstuhl. Bauklotz-Buchregal. Die Bauklotzanlage. Der Holzschaukelstuhl. Die Schwingschaukel. Die ist für draußen gut. Und das Ringwurf-Ding. Und Efeutopfpflanze auch noch. Cool. Ähm. Ich glaube, das wird ziemlich gut zu meinem Bauklotz-Set und dem Holzspiegel passen. Da könnte man jetzt schon so eine ganz rustikale Holzeinrichtung machen. Irgendwann hätte ich das in meinem Haus. Da bräuchte ich viel Holz dafür. Aber why not? Why not? Yay. Einen herzlichen Dank. Oh nein. Ich habe meine Ocarina zu Hause vergessen. Sonst könnte ich jetzt mitspielen. Da gibt es bestimmt noch viele andere Instrumente, oder? Ich habe meine Ocarina zu Hause vergessen. Was braucht man denn für die Ocarina? Vielleicht brauche ich mir noch eine. Nee, es ist jetzt. Ich muss jetzt. Wir verlassen jetzt die Insel. Ich gehe jetzt wieder. Lebt wohl. Dankeschön für die Shopping-Möglichkeit. Habt mich gefreut. Aber ich muss jetzt wieder heim. Meine Insel braucht mich. Squidman wird gebraucht. Dog Octopus. Das ist kleiner Bruder Squidman. Der nur zwei Arme hat. Die anderen kommen noch. Die wachsen erst noch. Ich würde gerne so zocken, wie der auf seine Tastatur rumtippt. Und einfach mit den Händen so auf die Tastatur hauen. Links, rechts, links, rechts. Dabei schwitzen, wie blöd. Und dann... Wir sind filmend. So in älteren Filmen aus den 90ern. Also so alt noch gar nicht. Oder teilweise noch 2000ern dargestellt wird, wenn Leute Videospiele spielen. Oder hacken. Wenn sie sich irgendwo reinhacken und... Schreiben, wie blöd. Als ob sie quasi diesen ganzen Quake-Code-Zeugs immer selber mit der Hand schnell so reintippen würden. Das ist ein Quatsch. So ungefähr würde ich gerne Spiele spielen. Warum gibt es kein Spiel, das man so spielt? Denn man einfach in die Tasten haut. Wie so... Wie so 90er Jahre Filmhacker. Naja, es gibt so Schreib-Lern-Spiele, wo man ganz schnell irgendwelche Wörter tippen muss. Das kommt dann auch am ehesten hin wahrscheinlich. Naja. Was weiß ich schon. Hey, wir haben uns heute noch gar nicht gesehen. Was bist du denn da in deinem Korb? Was zur heiligen Butterblume ist mit deinem Gesicht passiert? Dich hat eine Wespe erwischt, sieht übel aus. Die Flatterfiecher sind echt eine fiese Badakage. Nächstes Mal machst du lieber einen großen Bogen um die. Tut bestimmt übelst weh. Hätte ich eine Ladung Medizin, würde ich sie dir ungefragt abtreten. Hab eine viel bessere Idee. Ich zeig dir einfach, wie du dir deine eigene Medizin produzieren kannst. Oh, ein Medizin-Rezept. Das ist ja auch nicht schlecht. Cool. Wie in dem Shadowrun-Kurzfilm, wenn Hacker in der Matrix einloggt in der VR gleichzeitig noch auf der Tastatur ihre Cyberdecks getippt haben. Ähm. Ich muss einfach ein paar Zutaten auftreiben. Hey. Ist was, dann schieß los, Wedel. An meinem ersten Tag hier war ich dank der ganzen Umzugs-Action nur am Durchdrehen, Wedel. Jetzt bin ich total gehypt, dass ich mir ein neues Leben aufbauen kann. Klingt voll nach Gangster auf der Flucht und so. Ich find's bella cool. Wo drückt der Schuh, Wedel? Habe ich dir schon eröffnet, dass du mein Lieblings Gänseblümchen bist? Du bist immer so lässig unterwegs. Falls dir mal langweilig ist, kannst du mir jederzeit von all deinen Abenteuern erzählen, Wedel. Yay. Ich bin der Lieblings Gänseblümchen. Wuhu. So. Medizin lernen. Das Rezept des Sammeln und Lernen ist eine gute, gute Idee. Eine gute Game-Design-Idee. Das macht Spaß. Das motiviert. Und hält bei Laune. Hey, ich glaube, ich mach mir jetzt ein Holzmöbel-Set. Ich meine, morgen krieg ich mein Haus. Wenn ich heute schon meine Holzmöbel herstelle, krieg ich morgen mein Haus schon. Und ich könnte jetzt schon mein Zelt mit Holzmöbel dekorieren. Da muss alles raus, was jetzt da drin ist. Alles raus. Es wird nicht so schwer, das alles rauszukommen. Die fünf Sachen, die hier drin stehen. Muss ich nochmal kurz schauen, was haben wir denn? Haben wir überhaupt irgendeine Kommode oder irgendwas? Ich bräuchte schon ein Tischchen, wo ich Sachen draufstellen kann. Ein Wespen-Nest und Unkraut. Aha, da macht man Medizin draus. Einrichtung. Kann ich auf das Regal was stellen? Kann ich auf die Kommode was stellen? Ah, das Regal ist sehr klein. Das ist nur ein auf einen Block groß. Kann ich wahrscheinlich sogar Regale aufeinander stapeln, wenn ich wollen würde, könnte ich mir vorstellen. Ah, für all das brauche ich Bauklotz-Sets. Und zwar viele. Nicht für alles, das stimmt nicht. Aber ich brauche einige Bauklotz-Sets dafür. Ich verstehe. Hier. Dafür bräuchte ich sehr viel Weichholz. Könnte man schon machen. Könnte man schon machen. Aber jetzt... Machen wir erst mal eine Pause. Machen wir zehn Minuten Pause. Ich muss wirklich ein bisschen auf dem Balkon frische Luft und hier lüften auch ordentlich. Und Kaffee mache ich mir. In ungefähr zehn Minuten bin ich wieder da. Und dann bauen wir uns eine Holzeinrichtung und dekorieren unser Zelt mit Holzmöbel. Ist ein bisschen ungewöhnlich. Ist ein bisschen exzentrisch. Aber so sind wir halt. Wir bauen uns aus Holz eine Stereoanlage für unser Zelt. Naja. Bis dann. Bis gleich. Bin gleich wieder da. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.